Ja, willkommen zurück. So, wir sollen, müssen ein Boot klauen. Dazu müssen wir erstmal nach hinten hin. Und ja, mal gucken. Wir haben kaum noch Munition. Können gerade beide herstellen. Ah, zumindest ein Medipack können wir bauen, das war es auch schon wieder. Oh ja. Gehen wir erstmal runter. Oh wow. Das wird doch nichts. Nicht so wirklich. Ah, da. Nein. Ich bin auch wieder hoch. Ja, der Fahrstuhl geht doch bestimmt auch nicht. Das wird... Ja, das wird nichts. Platz da. Das wird doch auch nichts. Na gut, gehen wir erstmal... ...dann nach oben. Wo wir hergekommen sind. Gehen wir mal in die andere Richtung. Geht so weit lang. Das geht noch höher, ja. Nee, der geht nicht. Ist doch hier vielleicht. Moment. Wir müssen da ja irgendwie runterkommen. Das habe ich hier rausgekommen. So wäre ich unten rausgegangen. Oh, hier. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Also dafür, dass ihr gerade der Arm abgenommen wurde, ist die ziemlich topfit. Das muss man ihr schon lassen. Vorsichtig. Also, wie kommen wir unten weg in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ofer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Liv ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stirb. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist deine Mutter. Ja, klar. Sie wird auch anders sein. So, da hinten noch was ich blieken kann. Und wir können wirklich alles gebrauchen. Wie kommen wir von hier zum Dachthafen? Es sieht aus, als müssten wir außen rum. Natürlich. Durch weit ist schon klar. Oh mein. Außen rum. Äh. Ist nicht außen rum. Ach doch. Geht ja doch. Ich hoffe, die Wunde ist wasserdicht verpackt. Das ist schon zu spät. Da sehe ich noch mehr Blinkern. Schrauben. Die haben das gerade Pillen. Die können wieder. Guckt mal. Abby. Die drüben. So, da bist du drüben. Ja. Lass mich verpacken. Das ist trocken. So. Ich wollte doch hier gerade. Sprenger. Sprenger. Verzielen. Verbesser die Medikation. Fertigen. Ja. Kommt die nebenher. Komm mal mit. Zack. Ich mach das. Okay. Los. 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 Ja. Dann f Buddha nun mal den ganzen Wohnd. Tunneln. Komm. Säsch. Das war doch klar. Das klingt gar nicht gut. So, hier ist die Tür, so ein Fenster. Gibt es da was? Das können wir eigentlich nicht mehr schrauben. Schrauben, schrauben, schrauben. Oh, noch eine Notiz. Das heißt fanatisch. Nein. Das T ist ja schon weggestrichen. Das I auch. Das A ist auch schon weg. Was könnte das denn sein? Oh, da steht was. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal geschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Skar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen und den Hutplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter so tief ins Skarterritorium eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker denkt Isaac sich da bloß? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schiele lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Ja, aber was ist... Fanatisch ist es nicht. Die A ist weg. E, Fe, Na, E ist. Vielen Dank. Foden. Vom. ich weiß nicht, konnten die vielleicht nicht buchstabieren wobei wahrscheinlich schon. Im englischen könnte man sagen es heißt Chiles, Chiles aber Nagisch na vielleicht kommt ja einer drauf ich leg es mal wieder mit da sind die Pillen, die Werbpillen, ein Franzkasten ja da war hier noch eine schöne Leiter na dann bleibe auf dem Dock ich besorge ein Boot und hole dich ab nein, ich kann helfen dabei nicht ich schaff das, ok? ok ich schaff das ich schaff das ich schaff das ich schaff das äh, das ist Material gucken wir mal vorbeikommen ohne runter was zum teufel bist du allein dieser scharfschütze ist ein profi was machst du hier draußen die boote wir sollten heute die insel angreifen dann tauchte dieser pendejo auf ich hab jemanden losgeschickt bald sollte Verstärkung kommen sollte ich brauch eins der Bote sofort wieso erklär ich später dann wirst du mir wohl helfen diesen Kerl auszuschalten dann los ja, da ist er, oder? unten bleiben wir haben ein ganzes Team getritten keine Sorge, wir kriegen ihn scheiß Eindringlinge was für Eindringlinge Mist, die Position wir sind hier für nichts aufgetaucht im letzten Fall wir haben uns hart zugesetzt wieso ich hab keine Ahnung 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 die Fleischwunde am Kopf oha ok das war keine so gute Idee Ich könnte mir die Zunge machen. Hast du mal ein paar Kugeln? Ja, nicht die Verschossene vom Leben. Ich brauche neue. Tja. Wir müssen hier heran, es hilft nichts. Ich rück vor! Und weiter! Ja! Tringel! Mein Platz! So, ja, du. Wohin, wohin, wohin? Was jetzt? Ja! Oh! Oh! Eh! Das ist der Flix! Tja! Warte! Ah! Ah! Warte! So, nu, steck mir ja fest. Hey, hier drüben! Okay. Vergess die Straße. Shit. Okay, was sollen wir machen? Mal gucken, was haben wir denn hier, Schülers? Was denn bestellt? Nee, sonst. Wir nutzen das als Deco. Bin direkt hinter dir. Los! Ich hoffe, die sind nicht mal voll die Gas verstanden. Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Los! Los! Was ist los? Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Aber ohne Boote kommen sie doch gar nicht rüber. Ja, immer schön die Müsli-Igel essen, dann werdet ihr aber ganz schnell gesund. Und... So. Zeit, unsere Munition. Da ist mir noch nichts für den da. Oh, die Flammenwehr haben wir in der Munition. So, ja. Dann müssen wir mal durchdich. Many. Was hat für macht er? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Rund. Ja. Nach vorne. Ist ja wieder ein Verbrauch hier. Also, die Tür wurde aufgeschenkt. Abbie! Zur Treppe da drüben! Zur Treppe da drüben? Ah, okay. Verdammt, nicht schon wieder! Ach! 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 Ah! was macht er denn da ja das hört nicht auf ich weiß ja 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 kann es kaum abwarten hier zu kriegen ja jetzt noch das ist ein ui ist der kann nicht weit sein ist ja da ist da ist da ist da Los, 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 los! Geht's nicht nach, Lachen! Nicht! Pass auf! Unter! Wir haben sie, ich bin mehr vor! Hast du ihn? Nicht nur. Flankieren! Da! Da! Nein! Weiter! Weiter! Was? Wir haben ihn! Nein! Was? Einfach fassen! Na los! Träne, holen wir uns! Bist du okay? So weit. Halt! Eine! Halt! Ich werde euch nicht mehr auf den Weg machen. Halt! Nicht! Nein! Nein! Nicht! Nein! Nein! Oh, fuck, oh, fuck. So, was können wir da jetzt bauen? Nicht viel. Oh, da. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Was ist Tommy? War das gerade Tommy? Das war doch Tommy, oder? Ja. 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 Ja.